ich hab gleich schon wieder in dem Fall und keine Ahnung über das ist der Lohnende erweilig kann ich vor allem sehen klassischer D.D. die auf die Seite und Adler Morgens dachte der das würde noch leben wir können hier weg mit mit ja da hat er auch noch gesehen weil wir uns in der Montag und wir schon weiter gehen für die Kaffee wer ist da abort zwei Fertigkeitschützungen Schocken und die zu mir gerade verdammt wie wir der Spieler nur noch 2 noch einmal kurz in Sicherheit fest der Hände wir sind zu halten ist wichtig wird zwar nicht so wichtig ist aber gerade der Welt auch angebrachte für mich also bei der wir das Bruchschild sehen da sind mal lassen was macht am perfekten er weg und ich bin in Zudem und ich will ihn nicht in Zudem und er Arschloch Schauberst ja gleich zurück und tritt und nur es kommt der Fieser Tritt ins Gesicht 8 essen was wird man sich verraten das sieht ganz anders aus ab jetzt ist der Boss kommen und wenn sie werden diese Plakaten gleich zertreten ist zertreten nein die Wende zertreten und dann wird das explodiert das schätzt niemals die Wirkung von Papier da habe ich es gleich auf einmal in die andere Richtung gedreht das Fick dich praktisch Prozent die Uhr wird auch eine Papierbrücke extrem stark sein aber die möglich wegen Wasser gibt der Wasser ab bei uns passiert ich hoffe wir haben noch ein Kürzeln 8.000 Kürzeln komm ich hab doch weil sie ist weil ich bin das Schicksal dieses Spiel erhältlich ja ich hab so weiter sehr Braten jetzt geht er wieder in der Regel gehen mit der Zeit stärker die Arsch Gegner auch gesetzt davon geht man eher aus Post 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 okay ich machen es auch ein Selbstwert das wird schön er geht was zu erledigen Röten wenn wir im Kalbisten wie das ist wie immer von uns hat nebenbekommen ich glaube ich ja ich aus wegen 900.000 Punkten das ist ein Leben bekommen du verbrüht sind jetzt und ich habe mich zurück auch sei es sich die Rechte in den Bestandtele verdammt und verbrühten wird erst mal die Kinder und dann da auch okay und größtiert sowas Elia kann nicht an der Skalop nicht eingreifen er steht nicht und denke ich wäre haben nicht schon im Kernbereich wo auch letztes Leben für mich und dann wird wahrscheinlich nicht weil das ist der kein Kontinue mehr haben Ah, super. Ach. Ja, der Gamm bleibt bis zum Ende durchgehalten fast. Schön in den Mangel genommen. So, das war doch schön. Weg, 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 weg. Und warten, bis er springt. Und dann kommt der Schlag ins Gesicht. Sein provisorisches Schlag ins Gesicht. Dann kommt der Festhaltegriff, der nicht auf die Hälfte. Bäm, der ihr ist in deinem Grund, ich bin... Ich hoffe, du hast noch ein Konjunktur. Und nicht ganz. Ich werde jetzt schon sagen. Vielleicht hat er ein letztes Game noch bis zum Ende durchzahlt. Ja, verdammt. Ja, und ich greche dich. Game over. Und was? Das noch drei Leben. Das dürfte, es dürfte, es dürfte mir kommen. Und jetzt stehe ich dir auch nicht mehr im Weg rum. Wahrscheinlich. Die Frage ist, wer hängt da um eigentlich? Hätten wir die Story gelesen müssen, müssen wir es wahrscheinlich. Nimm das. Das ist schon schön. Wir haben erst mal. Weil, wie macht er es, kriegen wir nicht so Schlimmes. Uah. Du bist ja auch nicht so groß und auffällig, wie ich. Wirklich? Ja, der mag, du bist ja auch nicht so groß und auffällig, wie ich. Du hast ihn gleich. Jetzt geht er ab. Er hätte nur gefühlt, dass er sagt, Harry, jetzt geht er ab. Nimm das. Wahrscheinlich. Ja, ich krieg ihn. Äh. Treche mich. Töte ihn. Das ist eine gute Frage. Wieso tut der dir eigentlich nicht so doll weh wie mir? Dir? Autsch. Ja, jetzt spielt sie in großen pinken Tiefen. Nö, Lüder, Lüder, umstiert. Ach, komm, was noch zweieinhalb Leben. Ach so. Ja, bei Null ist doch auch noch ein Leben. Nee, den Krieg weg. Oh, jetzt 0 und dann noch die. Oh, das wäre heftig. Ich hoffe, er kommt nicht noch in die Post danach. Das ist eine kleine Zeit-Einheit da oben. 10 Minuten Sekunden. Und tschüss mit dir. 10 Sekunden. Definitiv. Wo kann jetzt das weiter? Keine Ahnung. Ja, halt durch den Video. Wo kann jetzt das weiter? Hyper, Miki, Hyper, Bingi, Tsushima, ja. Das geht so schnell. Ja, ganz ruhig. Das geht doch gar nicht so schnell. Wir haben nur kranken Namen. Mono et Miho. Ja. Anni. Aber Papa. Uchi, Kagi, Takapi, Seachan, Uchi. Nee, Leute. Ja. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Unser erstes LPD. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Unser erstes LPD. Und ihr... Let's go. Ihr schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt. Final Fight. Congratulations to other modes. Nein, danke. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.